sehr schön und jetzt kann man doch mal den höhle erkunden mal gucken wie viel schaden wir jetzt an denen sehr viel mehr als das eine ja und die besiegbare hier wobei ich aber immer noch nicht glaube dass wir hier irgendwie weiter reinkommen hier wird nur ein kleiner boss sein du wirst ja nirgendwo rauskommen glaube ich dafür ist das eigentlich glaube ich die zauberer stadt gedacht auf der karte schätze ich war aber was soll es keine überreste so Hier sind wir reingeportet worden nach der ollen Truhe. Hier haben wir auch schon Shortcuts freigeschaltet und alles, weil wir hier am Anfang verzweifelnden Ausdruck gesucht haben. Versprungene Kristalle. Mal sehen, ob wir da irgendwas anständiges verkriegen. Wir waren ja auch schon bei irgendeinem Boss, den konnten wir auch total vergessen. Was jetzt aussieht, keine Ahnung. Ich probiere mal einen. Ja ok, wir probieren den da wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Ich probiere mal einen. durchgelaufen da war dann gleich sogar da gleich noch ein boss mal sehen ob wir den schaffen er sah für mich sehr machbar aus beim ersten mal außer von meinem level her da ist er schon nachher das ging ja schneller als gedacht hier noch irgendwo weiter hoffen wir dass es danach dann auch weiter geht vielleicht dass wir dass das jetzt hier nicht einfach nur ein dungeon ist sternenfall bestie ja die vom schaden dezent besser aus wie er als beim ersten mal unser schild ist einfach gut dann kann er machen was er will stehe doch mal er auf das ist so nervig okay so 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 mensch so 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 ja so so Ja, das ist jetzt nicht geil. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ich würde gerne wissen, wie man hier reinkommt, weil das ist hundertprozentig eher dran, als das, wo wir gerade sind. Können wir zum Tiefenbund von Desiophtra gehen. Vielleicht finden wir da noch was anderes. Guck mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da. Ja, er steht halt wieder nicht rechtzeitig auf. Dann machen wir mal weiter. Sehr spannend. Mach ich den halt nicht, riecht mich nicht. Fack wer. Also kann man hier auch gar nichts erkunden. Okay. Da war ein Schlüssel. Wie gehen wir da hin? Wir brauchen halt den scheiß Steinschwertschlüssel. Ohne brauchen wir jetzt hier überhaupt nichts mehr machen. Ähm. Fimmerstein. Schlüssel. Keine Ahnung, wo dieser Kack-Schlüssel ist. Nein, warte. Schwert von Sandtrina. Füßt Schlaf aus. Oh. Weisheit für. Cool. Ja, immer noch Schimmersteinschlüssel. Da kommen wir nicht weiter. Das ist alles verschlossen. Der ist für mich auf jeden Fall noch eine Nummer zu hart hier. Ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Ja, da ist die Tür zu. Ja, hier oben weiter zu gehen sehe ich ja überhaupt nicht eigentlich. Und hier brauchen wir immer noch den Kack-Schlüssel. Für von Reihe aus Luzaria. Ich weiß nicht, wo ich den herkriege, ehrlich nicht. Das war eine Brücke. Ja. Ja, jetzt Значит ja keiner den Kack령. Keine Ahnung. Unser richtigster Weg wäre definitiv dieser Weg. Würde ich mal gerade jetzt so sagen. Gehen wir zum Tafelrundfestigen mal gucken was da ist. Weil es mittlerweile so neu ist. Goldmask will der. Ja gut. Wirklich so ein Drachenkult. Na gut. Hetzerische Werke. Okay. Sie unterrichtet sich in irgendwas. Wir brauchen noch einen Schmiedelstein mehr um das. Äh. Tja. Schade. Was wir hier sonst so kaufen können. Wir haben jetzt gerade mal ein paar Runen. Als wenn wir jetzt hier irgendwas für gewisses Sümmchen kriegen würden. Wäre das kein Problem. Redet immer noch nicht. Ah. Ja. Chef der Tafelrunde. Ihr Vater. Und wenn wir ihn dann umbringen mit dem Trank dann haben wir glaube ich Probleme. Ja. 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 indoor. Ja. Schade. Ja. war dann haben wir ja schon gefunden aber hier sie sie werden ja die nächste okay redan Raikard. Raikard ist der Lord of the Volcano Manor auf Mount Belmere. Ich habe hier nichts von gehört. Im Reich des Erdenbaums. Okay, Morgoth. Ah, da sind wir ja drinnen, okay. Ja, das, okay. Oh, ich war aber schon dran. Vielleicht, okay. Nefili, den kennen wir auch noch nicht. Oh, das ist deine Tochter ja schon. Okay. Die Kamera habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Gut. So, wir haben was gebracht. Okay. 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 So, gehen wir nochmal gucken, was wir eventuell da oben kaufen können. Okay. 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 So, like. Okay. Okay, her quoi. pro. Gut, 3 Stärke reicht dann jetzt. Mal noch mal ein bisschen leben. Ja, keine Ahnung. Wo wir jetzt hin sollen. Wir brauchen den scheiß Schlüssel für diese scheiß Akademie. Keine Ahnung, wo der sein soll. Ich gehe mal einfach mal durch die Torstadt. Vielleicht finden wir die auf dem Weg den Schlüssel. Keine Ahnung. Das ist schon ein bisschen störend. Auf jeden Fall ist das eigentlich, glaube ich, die nächste große Rune, die wir machen müssen. Weil das ist ja direkt neben dem Godric. Nur habe ich da ja schon die Schlüssel nicht so gehabt. Danach kommt dann, denke ich mal, Radar an. Ich weiß nicht, das ist ja nicht so. Ihr seid Lanyu Lanyu Hey, es me, Dialos Answer me, would you? Hello, friend Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends The recusants who hunt their fellow tarnished They laid hands upon my servant Lanyu And I refuse to let the insult stand The tale of House Hoslow is told in blood I, Dialos, swear to deliver the message They laid hands upon my servant Lanyu And I refuse to let the insult stand The tale of House Hoslow is told in blood I, I, I... Ja, das war's auch schon wieder mit ihm Geben Sie mir bitte einen Schimmerstein-Schlüssel Ich muss in die Akademie Ich weiß auch nicht, wie ich da reinkomme körham G corrige Ja, das war's schon wieder mit Gott Und dann Und dann Ja, richtig Spaß hier. Was ist denn da vor einer Hilfe? Adam Blatt? Handbuch des Schimmersteinmetzes Schimmerstein, Schimmerstein-Schlüssel Komm Schimmersteinmetz Mit der haben wir ja schon mal geredet Ah ja, guten Morgen Widerstein 2 Weißt du wo wir sind Wir haben da schon In dem roten Gebiet Haben wir schon Schimmersteine mit 6 und 5 Und alles gefunden Muss hier Eigentlich weitergehen Was wir seit Godwig schon alles gemacht haben Außer hier hin zu gehen Oh no Nice Auto steht auch wieder da Vielleicht kann sie uns jetzt ja irgendwas sagen Weil ich meine Wir haben ja mittlerweile Godwig schon lange besiegt Aber wir waren seitdem nicht mehr hier Vielleicht sagt sie Ja jetzt Ich hab den Gib ihn dir Oder so Ja ja komm Oh 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 Michela's favor kann sein Ich Ah Schlauch 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 Aber alles du musst ist Schlauch aus dem großen Schlauch 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 schlouch auch Schlauch ist Schlauch Schlauch mit Das war's. 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 Und suchen weiter. Das war's. Das war's. Wir haben. Das war's. Das war's. Oh no. Oh no. Das war's. 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 Steinschwerdschlüssel. Steinschwertschlüssel. Da haben wir noch einen. Na gut. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020